Ich sage mal Saison für den guten Eindruck. Grün. Musst du ja jetzt eigentlich. Couch oder Party? Ich würde sagen Party, aber nicht so oft. Ab und zu so richtig Party machen ist cool. Instagram bin ich häufiger drauf. Instagram oder TikTok? Instagram, immer noch. TV oder YouTube? TV, ganz klar. Kino oder Netflix? Beides cool, aber ich würde sagen Netflix. Film oder Serie? Serie. Hast du eine Lieblingsserie? Im Moment Rookie auf Netflix, ja. Kannst du empfehlen. Ja, sehr. Meisterschaft oder Pokalsieg? Meisterschaft. Warum? Ja, so die ganze Saison, die Arbeit, die man reinsteckt und dann am Schluss den Pokal in den Händen zu halten, ist unfassbar. Dribbling oder Tackle? Tackle, ganz klar. Ausgleich verhindern oder Siegtor schießen? Verteidigen. Verteidigen, ja. Das mache ich sehr gerne von dem, passt für mich. Aber ein Tor ist auch mal nicht schlecht, oder? Auch mal nicht schlecht, aber ich als Verteidiger die erste Aufgabe ist, zu verteidigen und darum würde ich das sagen. Samstag 15.30 Uhr oder lieber Flutlichtspiel? Abendspiele, ganz klar. Saison oder Urlaub? Sag mal Saison für den guten Eindruck. Du kannst auch gerne. Nein, Urlaub ist auch schön. Auslaufen oder Fahrradfahren? Auslaufen. Fahrradfahren ist nicht so dein? Nein, mache ich nicht so gerne. Gegentor oder rote Karte? Ich sage mal Gegentor kassieren, weil ich da weiterspielen kann und das besser machen kann. Lieber 1 zu 0 oder 5 zu 4 gewinnen? 1 zu 0, als Verteidiger, klar. Ecke oder Freistoß? Ecke. Eistonne oder Sauna? Sauna. Eistonne ist nicht so mein Favorit. Pasta oder Pizza? Pizza. Team Süß oder Team Salzig? Eher süß. Also so ein Dessert am Schluss ist immer sehr gut. Bern oder Wolfsburg? Stand jetzt Bern, aber ich bin gespannt, was noch kommt jetzt. Jogginghose oder Jeans? Eher Jeans, würde ich sagen. Ruhiger oder Lautertyp? Neben dem Platz ruhig, auf dem Platz laut. Lustenberger oder Van Bergen? Ich würde jetzt sagen Lustenberger, weil ich mit Van Bergen nie zusammengespielt habe. Okay. Muttersprache, Deutsch oder Französisch? Französisch. Grashoppers oder Young Boys? Young Boys Bären, zu 100%. Matterhorn oder Mont Blanc? Matterhorn. Linker oder rechter Fuß? Linksfuß. Büro oder Kuhstall? Kuhstall. Ich bin auf dem Bahnhof groß geworden und das passt so. Ich bin nicht so der Bürotyp.